Herzlich Willkommen zurück hier auf dein Lieblingskanal Tom McZockt. Heute mal wieder im neuen Folge Rubbellos. Wie ihr jetzt schon gesehen habt im Titel Thumbnail. Schöne leckere Diamant 7 Lose. Das teuerste Los zurzeit in Deutschland. 20 Euro pro Los. Wir haben 10 wunderbare Lose. Zack. Und wir hoffen mal auf wunderbaren Gewinn. Ich zeige euch mal was man gewinnen kann. Und zwar dreimal eine Million Euro. Neunmal 50.000 Euro. 750 x 1000 Euro. 4500 x 200 Euro. 33.000 x 100 Euro. 112.800 x 50 Euro. 270.000 x 40 Euro. Und 459.000 x ein Swambo. So ihr schauen es auf. Den Hauptgewinn ist 1 zu 900.000 Euro. Wir hoffen mal, dass wir was gewinnen. 200 Euro sind im Pott quasi. Also 200 Euro können wir uns hier frei rubbeln heute. Und ich würde mal sagen Abfahrt. So auch ganz einfach. Wir müssen eine 7 finden. Dann ist der Betrag unser. Finden wir eine 77. Verdoppelt sich der Betrag. Mehr Gewinne sind möglich. So fangen wir mal an. die 41, 14, 3, 15, 33, 10, die 5, die 54, die 20 und die 44. So und dann die nächste Reihe. die 19. Die 19. Oh da haben wir eine 7. Die 52, die 26, die 25, die 29, die 35, die 38, die 43 und die 45. So eine 7. Mal gucken was dorthin steht. die 20. Ja. Haben wir ein 20. Ja. Haben wir ein 20 gewonnen. Erstes los. Plus Minus Null. Schmeckt besser als ein Verlust, ne. würde ich mal so sagen. So dann geht's weiter. Zahl Nummer eins. Die 25. Die 45. Die 5. Die 22. Die 4. Die 39. Die 1. Die 60. Die 15. Und die 9. So. Kann man erkennen auf jeden Fall. leider bis jetzt zur Hälfte. Die 10. Die 29. Die 59. Die 49. Die 35. Die 3. Die 54. Die 32. Eine 7. Haben wir. Mal gucken was dahinter steht. Und schon wieder ein Swambo. das geht ja. Das geht ja. Das geht ja. Zwei lose. Bis jetzt keine. Kein Verlust. Und keine. Äh. Kein Gewinn auf jeden Fall. So. Dann machen wir mal weiter. Ne. Die nächsten Zahlen. 62. 23. 23. 52. 35. 59. 36. Die 6. Die 44. Die 28. Und die 48. Weil ich komisch finde. Bis jetzt gab es nur die Gewinne auf dieser Seite. Und nicht auf der Seite hier. Die ist ganz komisch, ne. Ich finde die ganz komisch. Aber egal. Machen wir weiter. Machen wir weiter. So. Die 19. Die 19. Die 13. Die 4. Die 60. Die 32. Die 46. Die 18. Die 10. Die 54. Ey. Ich fasse es nicht, ne. Und schon wieder eine 7. Jetzt muss da was kommen, ne. Jetzt muss da was kommen, ne. Und. Und. Ach du Scheiße. Wieder. Ey. Wieder ein Swambo. 3 lose. 3 20. Kein Verlust. Kein Gewinn. Oh. Komische Lose. Na ja. Machen wir weiter. Die 28. Die 26. Die 3. Die 1. Die 32. Die 65. Die 18. Die 22. Die 17. Die 12 meine ich. Und die 38. Wieder mal auf der Seite. Kein Gewinn. Komischerweise. Dann machen wir die andere Seite für dich, ne. Die 63. Die 24. Die 60. Die 58. Die 15. Die 15. Die 10. Die 25. Die 46. Die 42. Und die 48. Erstes ist los. Eine Niete. Schade. Schade. Marmelade. Ja. Da kann man nichts machen, ne. So. Ab geht's zum nächsten los. Kann sonst jetzt die Nieten kommen. Obwohl ich halt ja von drei verschiedenen Lotto-Buden, äh, gekauft hab. Also das ist keine Stange oder so am Stück, sondern einfach von verschiedenen, ne. Na ja. Die 12. Die 39. Die 22. Die 14. Die 46. Wenn man hier noch so schön hat. Die 42. Die 65. Die 9. Die 34. Und die 9. 50. Die 16. Die 90. Die 1000. Die 17. Die 10. Die 20. Die 16. Die 15. Die 43. Die 64. Die 35. Die 31. Die 48. Und dieser last waren die 36 wieder ein liter so jetzt fängt am deniten wie viel los haben wir noch halbzeit das ist jetzt die hälfte aber freige rubel jetzt die nächste hälfte so ich habe jetzt auf der linken seite gewinne die 9 50 die 25 die 33 die 14 und die 48 23 64 18 und die 22 leider wieder kein gewinn auf der linken seite ich hoffe dass wir gewinnen haben mit dem los hier die 11 die 31 die 2 die 63 die 43 146 45 62 und die fünf schon wieder eine mitte und schon wieder ein furz nächstes los nächstes glück die 65 die 61 30 40 12 29 55 58 50 und die 22 wieder nach unten kein gewinn linke seite bringt immer noch unglück kein einziges mal gewonnen auf der linken seite immer verrichten wir hoffen wir jetzt auf eine 7 auf der rechten seite die 44 die 13 die 63 die 36 die 52 die 15 und die numero 1 hier ist die 7 mal gucken was wir bekommen und wieder mal ein swambo wieder mal ein swambo aber schade denn zwar muss hier sind wir ruhig mal so ein 40 oder kam hat hier rum mehr verdoppelt 40 50 euro irgendwie sowas nächstes los die 49 die 1 die 3 die 33 14 die 9 die 21 die 21 die 21ствен ist sich die 65 und die 45 der kirche gesehen auf der linken seite da kann ich war sein auf der rechten seite die 63 die 6 die 41 die 35 die 24 die 28 30 die 54 die 56 und die zehn leider kein gewinn nicht mehr wert als ein furz nächstes los die 4 die 49 die 61 67 67 links war ja die ganze zeit und jetzt auf einmal haben wir eine 77 also ein doppler die 18 die 31 die 7 die 22 und die 54 haben wir einen kleinen mini hit oder was 77 und die 7 auf der linken seite ich kann es kaum glauben aufregung es war die 28 7 die 3 die 38 die 77 77 77 junge die 6 die 56 die 15 36 die 44 die 23 und das war's und das war's 77 77 und der 7 kann aber warum kommen was kann da wohl rum kommen immer gespannt sagen wir mal mit der normalen sieben an das ist an 20 kann man sehen so anfangen mit der oberen sie wird sie an kommen 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 20 heißt 40 60 euro so verdoppeln 20 für die 60 wir mal gespannt und ein 20 40 60 80 100 euro wir haben einen 100 euro los leute die 23 33.000 mal 100 euro schon mehr schmecken aber die велie beschwerden nun nie so die zwei die 50 die 33 24 44 die 9 und 30 die 58 die 29 die 28 und die 21 ja 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 links wieder nix die 30 die 46 die 64 dann sagen der nummer 8 nummer 63 18 16 36 55 und die 34 leider eine niete schade schade hätte ich noch so gern so ein zwambu hier gehabt auf jeden fall aber ja leider leider nix nix schade 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 dann sind das hier unsere gewinne 20 euro 40 euro 60 euro 80 euro also und der mega gewinn den seht ihr aber auch hier oben nun die 180 euro gar nicht schlecht zwei euro ausgegeben ihr werdet hier oben da oben die nicht gewinne sehen und dort oben die gewinne oder vielleicht woanders rum keine ahnung auf jeden fall war es das jetzt mit dem video es war auf jeden fall besser als die letzten videos immer sagen wir sehen uns beim nächsten mal beim pack opening oder bei wieder ein los beim los video oder vielleicht keine ahnung bist du die box pokémon oder ich zock irgendwas mal gucken bis zum nächsten mal euer tommy zock like und abonni nicht vergessen haut rein peace